Und willkommen zurück zu Let's Play The Nation of Sailor Sky What's Fort, hier in den Siren von Nairu. Sie will unsere Weisheit prüfen. Ich weiß, dass wir weise genug sind. Und deswegen chargen wir einfach drauf los! Ich will nicht. Guckt euch den an, er verwirrt uns schon. Nice! Nairu ist Tränen erhalten. Ihre Heidegemacht hindert die Hüter für 9 Sekunden daran, sich zu bewegen. Sammle alle 15, um diese Prüfung zu bestehen. Alles klar! So, ich weiß allerdings schon, welchen Stein ich mir jetzt als erstes hole, weil der wirklich sehr, sehr beschissen ist. Ich glaube, ich bin falsch rumgegangen, aber egal. Ist ja ein Rundgang hier oben. Ja. Einmal nach oben, Link. Danke, das machst du gut. Kein bisschen knapp oder so. Aua! Ich bin froh, dass man hier keinen Schaden bekommt. So, hier war noch einer. Nein, zu weit, Link. Einmal hoch mit dir. Nochmal hoch mit dir. Nochmal hoch mit dir. Und hier sind gleich zwei in der... Nee! Okay. Schaffst du, Link? Einmal hoch mit dir. Ja! So wird ein Schuh draus. Vielleicht auch anders, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so ein Schuh draus wird. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Ich brauche auf jeden Fall wieder so eine Frucht. So eine, genau. Äh, Link bitte aus, aber wiederherstellen. Danke. Okay. Der hört mich nicht, oder? Nein! Überhaupt nicht knapp. Überhaupt nicht knapp. Okay, da hinten ist nix. Das ist sehr schön. Äh, das heißt, ich kümmere mich nur noch um die hier. Um die hier liegenden... Äh, ja, also erstmal den da. Hier oben hole ich mir noch einen Finzernishalbmond. Ach, da hinten ist auch noch was. Nein! Okay, wie viel Zeit habe ich noch? Daran mache ich das fest, welchen Stein ich jetzt zuerst hole. Noch die Hälfte, das passt. Okay, sehr schön. Äh, dann laufe ich hier. Ganz ruhig, Link. Ganz ruhig. Boah, das war eine super Idee, den zu holen. Und mit super Idee meine ich absolut doof Idee. Äh, den soll ich mir auf jeden Fall als nächstes holen, ja. Ja, ja, ganz ruhig. Link schafft das. Link ist cool. Äh... Den hier wollte ich mal holen. Ich brauche auf jeden Fall wieder so ein Sichtteil. Wo ist denn das nächste? Nächstbeste? Hm. Immer wenn man sie braucht, sind sie nett da. Ah, ich sehe. Ich sehe, was du da musst tun musst. Beleg dich! Link! Weil dich! Nein! Nein, 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 nein! Ach, du Scheiße. Och, nee. Das ist gemein. Link! Lauf, 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 lauf! Oh Gott. Nicht gut. Boah. Alter. Nie wieder. Das war ein ganz klein wenig knapp. Aber nur ein ganz klein wenig. Es war aber auch eine total schlaue Idee, das Teil vor mir herzuschieben. Ah. Ja, ja, ich mache ja schon. Mach link, komm. Lauf schneller. Oh, das ist fast geschafft. Fast. Du darfst nur nicht so hektisch sein. Schneller, 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 schneller. Ja. Nein! Du verrückter. Wahnsinniger. Sehr schön. Wieder eins weniger. Ich muss aber sagen, das war ziemlich knapp. Teufelskerl. Da hinten ist nix. Gut, dann springe ich hier mal auf die Mauer und dann mal sehen. Erst umgucken. Ich habe genug Zeit. Finsternis hat Mund. Sehr schön. Da hinten ist so eine Frucht. Okay, welche brauche ich noch? Da ist einer, da ist einer. Okay. Boah. Die bewegen sich alle nicht. Ist das dann das letzte, was ich holen sollte? Oder das erste? Die Frage ist, wie komme ich da nur vorbei? Och komm. Ich habe keine Zeit. Das muss die richtige Entscheidung sein. Gibt es hier noch oben irgendwas, irgendwas Tolles, Wichtiges? Finsternis hat Mund. Na gut. Akzeptiert. Äh. Hahaha. Okay. Dann gucke ich wieder, wo es hier lang geht. Vorsichtig hier lang. Dann hole ich mir den da oben. Ei, 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 ei. Das ist aber spannend. Wie komme ich da überhaupt dran? Ah. Natürlich. Natürlich. Wie sonst. Hm, 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 hm. Da sind die letzten beiden. Aber ich sehe, was ich machen muss. Hehe. Überhaupt nicht gefährlich. Okay. Ranschieben. 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 Lenk loslassen. Bisschen Abstand nehmen. Darauf zuspringen. Hoch. Jetzt. Hochziehen. Perfekt. Letzter. Äh. Ist doch gar nicht so schwer gewesen. Perfekt. Tju. Also ich würde sagen, das wäre, das war eher eine Mutprüfung als eine Weisheitsprüfung. Hehe. Also das eine war wirklich ganz schön knapp. Doch noch ist die Prüfung nicht vorbei. Begib dich vorsichtig zum Ausgang, um ein Zeichen deiner Reife zu erhalten. Alles klar. Ja. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja. Okay. Ich kann hier nicht laufen, stehen, was auch immer. Und ich lasse mich nicht erwischen. Das wäre sonst ziemlich doof. So. Einmal da lang, bitte. Danke, Lenk. Sehr schön. Und bis zum Ziel. Yes. Yay. Dam, dam, dam. Doppelgreifhaken. Einer der drei Schätze der Göttin. Nutz die Klauen an der Kette, um dich an einen Greifhakenziel oder an einem Efeu hoch zu zielen. Man ziehen. Verlierst du beim Ziel den Fokus? Drück einfach runter, um deine Ansicht wieder zu zentrieren. Yes. Yes, 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 yes. Ich liebe dieses Teil. Ah, ja. Gut gemacht, Gebieter. Gebieter, du hast die Prüfung bestanden. Mit deinem reinen Herzen hast du die Kraft erlangt, die heilige Flamme zu finden. Ja, Fai. Diese Greifhaken ist ein Schatz der Göttin. Nutz die Klauen an der Kette, um dich an Efeu oder Greifhakenziel hochzuziehen. Die Flamme befindet sich irgendwo in der Wüste. Gebieter, ich vermute sie an einem Ort, den du noch nicht betreten hast. Ach, nee. Na gut. Wenn Fai das sagt, dann muss es ja stimmen. Das ist Fakt. Okay, wie komme ich da hin? Ich will da hin. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Nein. Von dir lasse ich mich nicht treffen. Du bist böse. Da sind komische Schmetterlinge. Aber die suche ich gerade nicht. Ich will hier lang. So, einmal gegen die Wand. Ich rüste schon mal die Greifhaken aus. Die brauche ich nämlich gleich, um da hinten hinzukommen. Glaubt er mal nicht. Na ja, überzeugt er mich vielleicht selbst davon. Ihr werdet schon sehen. Okay. Gut, hier ein bisschen aufpassen. Wir können nämlich mehrere Schleime runter droppen. Oh, die sind alle elektrisch. Ich kann mir nur nicht merken. Äh, Truhe? What the fuck? Negerschleim. Nein! Ach, komm! So. Truhe, was bist du? Äh, was hast du in dir enthalten, meine ich? What the? Okay. Noch drei weitere. Yay! Cool. Na gut, dann können wir ja weiter. Nyao. Link hat zwar mit dem anderen angefangen, aber na gut. Du wolltest es so. Nyao. Ich hab doch getroffen. Nyao. Äh. Schwierig, schwierig. Nein, Link. Da hin. Sehr schön. Und einmal da hinten. Und einmal fallen lassen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und nicht hier runter springen. Und versuchen nicht zu springen. Zieh dich einfach ran. Danke. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Swam. Wing. Ja gut, dann wäre das hier auch geklärt. Und wir wissen ja alle schon, wo wir wieder hin müssen. Das ist ja... Nya. Bekannt, sag ich mal. Ja. Es ist bekannt. Punkt. Ja, 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 altbekanntes Geräusch. Ich hasse es. Da hinten. Müssen wir hin. Sag ich doch. Bekannt. Ach, beachtet mich gar nicht. Ich bin nicht hier. Seht ihr doch, oder? Kann ich mir nicht hier irgendwo hochziehen? Ja, da. Ja, da. Da. Hoch mit dir, Link. Danke. Einmal aktivieren, bitte. Einmal aktivieren, bitte. Danke. Swing. Nice. Schon wieder irgendwas aktiviert. Ich weiß zwar nicht was, aber egal. Und gut, dass wir alle Abkürzungen freigelegt haben. Ansonsten hätten wir hier ein Problem. Aber egal. Hätten wir auch so geschafft. Ich meine, wir sind ja Profis. Wow. Gut, dass der Schild sich selbst repariert. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie er das macht, aber na gut. Yeah. Moin. Achso. Ich bin an dieses Geräusch nicht gewöhnt. Das merkt man vielleicht. Warum kann ich mich hier hochziehen? Was bringt das? Ich weiß es nicht. Na gut. Da will ich nicht. Da will ich nicht ran. Da will ich nicht ran. Hier will ich hin. Einmal da ran. Einmal da ran. Und schon sind wir an einem neuen Ort. Sehr schön. Ach ja. Und diesen neuen Ort erkunden wir genauer in Na? Na? In der nächsten Folge. Natürlich. Ciao und vielen Dank wieder fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja. tudo bien. Vielen Dank.